Um den Flächeninhalt dieser rot schraffierten Fläche zu bestimmen, brauchen wir den analytischen Ausdruck von diesem grünen Halbkreis. Der gesamte Kreis hat in diesem Bezugssystem als kartesische Gleichung x-0 im Quadrat plus y-0 im Quadrat gleich 2 im Quadrat, weil das Zentrum dieses Kreises als Koordinate 0,0 hat und der Radius von diesem Kreis 2 ist. Wir lösen diese Gleichung nach y auf und finden somit y gleich plus minus Quadratwurzel von 4 minus x Quadrat. Das Plus gilt für den oberen Halbkreis, den wir hier brauchen und das Minus gilt für den unteren Halbkreis. Der obere Halbkreis genügt für unsere Aufgabe, also brauchen wir y, das heißt f von x, gleich plus diese Quadratwurzel. Das ist also der analytische Ausdruck für diesen oberen Halbkreis, diesen. Um diesen Flächeninhalt zu bestimmen, rechnen wir also das Integral von 1 bis Wurzel 3 von dieser Funktion Quadratwurzel von 4 minus x Quadrat dx. In den beiden Tutorials, Stammfunktionen berechnen 0,16 und Stammfunktionen berechnen 0,17, haben wir auf zwei verschiedene Arten bewiesen, dass diese Quadratwurzel diese Stammfunktion hat. Also reicht es jetzt, diese Stammfunktion variieren zu lassen von 1 bis Quadratwurzel von 3. Die Stammfunktion können wir noch etwas einfacher schreiben, weil dieser hoch 2 ergibt und weil 2 hoch 2 4 ergibt. So, jetzt ersetzen wir in dieser Stammfunktion das x, da, da und da durch Quadratwurzel von 3, so erhalten wir eine Zahl. Dann ersetzen wir in dieser Stammfunktion das x, da, da und da durch 1, so erhalten wir eine zweite Zahl. Und diese zweite Zahl ist von der ersten Zahl abzuziehen. Schauen wir, was wir erhalten haben. Wir haben 2 mal Arcosinus von Quadratwurzel von 3 halbe. Dieser Arcosinus, das ergibt Pi Drittel. Also steht hier 2 mal Pi Drittel. Plus Quadratwurzel von 3 halbe mal Quadratwurzel von 1. Also Quadratwurzel von 3 halbe. Minus 2 Arcosinus von 1 halbes. Arcosinus von 1 halbes, das macht Pi Sechstel. Also steht hier 2 mal Pi Sechstel. Plus ein halbes mal Quadratwurzel von 3. Wir haben also dieses erhalten. Wir sehen hier die Quadratwurzel von 3 geteilt durch 2 und da minus die Quadratwurzel von 3 geteilt durch 2. Also diese Termen verschwinden. Somit bleibt also nur noch 2 Pi Drittel minus 2 Pi Sechstel und 2 Pi Sechstel ist Pi Drittel. 2 Pi Drittel minus 1 Pi Drittel, das macht Pi Drittel. Der numerische Wert von Pi Drittel ist ungefähr 1,0472. Also dieser Flächeninhalt beträgt ganz genau Pi Drittel und ungefähr 1,0472. Aber 1,0472 was? Es sind 1,0472 Einheitsflächeninhalte. Das heißt, in dieser rot schraffierten Fläche passt dieses Quadrat einmal hinein und dann noch ein bisschen. Also 1,1 bisschen. Das scheint doch mit unserer Zeichnung übereinzustimmen. Was bedeutet, unsere Antwort hat große Chancen, richtig zu sein. Sie ist richtig.